Okay, wer von uns stirbt als erstes, abgesehen von Blacky, der ist außen vor? Ich bin ja aufsteig. Ich denke, ich bin der Schwarzer. Blacky steht nicht zur Auswahl. Weil du mal, weil du nicht verläufst und irgendwo hinrennst. Sie sind so gut wie tot. Ach, wir haben direkt gewonnen zu Pixar. Das ist ja nett. Ja, bei ihm auch. Die Pixar-Pix. Das ist doch geil. Oh, da ist noch so ein Piekser. Alter. Ich halte euren Rückzugsort mal offen. Uiuiuiui. Oh, ich... Okay. Ich hab genug gesehen. Das ist fad. Was? Was? Okay, wo müssen wir hin? Oh. Oh ja, Mini-Explorer. I like. Not. Otter gewinnt. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ja, da ist ein Piekser. So! Unschiss. Okay. Halla! Halla! Genau. Flee down. Wir haben auch sonst gerade keine andere Sorgen. Das lief doch schon ganz gut. Ja, ja. Jetzt mal den Dreadlord versuchen. Wo ist er denn? Ich hab keine Ahnung, wie ich das mal hinkomme. Hahaha. Ich glaube, wir können da unter... Sibler! Oh, I just put up a Sibler. Here we go! Sorry, little fuck. Your own fault for being full of goodies. Found some nitra! Get out the way! Molly is on the way! Okay. Ich dachte, bei dir kommen wir da, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und vor allen Dingen hast du 4 und Shield Destruction. Mhm. Jetzt... Jetzt einfach wäre kurz ja jeder. Text... Text... Äh, denke ich, sagt King. Weil alles brennt. Ja, noch... Noch sind wir... Nicht vollständig... Also es ist... Noch müssen wir nicht mehr zuerst stören. Wupsi-dupsi! 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 Noch wissen wir es nicht, aber wir wissen es alle. Ja, genau. Was? Ist so eine Frage der Zeit, bis ich irgendwo ausmesslich unterfalle. Oder deckst dich eins finden, damit er eigentlich als erstes stürzt. Ja. Wow. Wir haben Kreis hintergelaufen. Schöner Kreis, ja. Kennen wir, ne? Gold! Wo geht's weiter? Ich gewahre schon. Haha, shit. Darin geht's weiter. Der ist wohl noch. Ich komme aber zurück und bringe Freunde mit. Ich wollte rausgeführt, wo ihr seid. Wander! Ja, das hat gut bekommen. Ah! Uh! Dex hat eine schöne Sackgasse gegraben. Viecher, glaubt mir, ihr wollt nicht zu mir. Scheiße, Alter. Ich werde dich nicht sterben. Ich werde versuchen, nicht sterben. Das ist genau mein Stichwort. Und ich bin gestorben. Haha. Ja, ich hatte die Wahl zwischen Meteor und Viechern. Viecher. Immer die Viecher. Ja, ich habe die Viecher genommen. Ja? Wer hatte Recht? Ich hatte Recht. Jetzt bült ihr was drauf ein? Wie gesagt, es wusste jeder. Ähm, wo Dex und ich sind, ist einer von den Tracknots. Jetzt müssen wir doch raus, wenn ihr hier seid. Der da. Der ist genau unter Molli. Sehr interessant. Also über Molli. Okay. Weiß hier. Wie hat Molli... Ah, das sieht aus, als wenn Dex hier dann gegraben hat. Ein weiterer Tag in Peru. Ja. 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 Ich sehe Dex. Ja. 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 er kommt gerade woher ich eigentlich die musik der damit und läuft das ist die tuken das ob du okay erfolgt Ich habe nichts mehr zu explodieren und keine Position mehr. Dann holen wir doch mal was. Ja, das ist glaube ich gar nicht schlecht. Ich hole hier mal. Das ist das, wenn du springst. Wann kommt der Todkraut? Wann führst du ihn ein? Ich habe in dem Spiel nicht gemacht, also lass es doch sein. Abgesehen davon, ich war ja nur down und nicht tot. Das ist ja etwas ganz anderes. Das nur gestolpert. Ja, zwei gestärben außerdem nicht. Haua! Genau. Was war das denn? Die Schämtzeile. Ja. Die Schämtzeile. Das ist gegen die Drohnen. die greifen an und schnitzen da schlitzen die schlitzen absolut ein guti dritten aus wohnen Der Driller drillt woanders hin? Ich weiß auch nicht warum. Ja. Dex? Ja. Als Richtung. Nö. Dex ist schon so halbwegs auf der richtigen Richtung. Wir nehmen nur den cineastischen Weg. Na dann. Ich meine das ist ziemlich langweilig. Mhm. Ehr dich. Also für Zwerge sehr gut. Ich bin da. Ja. Oh wir dich. Ich mach so ein paar von den Explodierern vorher explodiert. Ja. 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 Oh, die ist nix. Hier ist sowieso bei Platz. Das war klar. Ja, das war mir klar, Alter. Deswegen haben Sie nie in diese Richtung geschossen. Was ist denn? Boah. Wo sind sie denn? Oh, der Alter ist nix neben mir. Äh, ich bin down. Oh, ja. Noch ein Stark. Anscheinend. Aua. Aua. Das war sehr wichtig. Ja, ja. Satt schießt du weiter, ich bin wieder... Ich weiß nicht worauf ich schießen kann. Es ist nix da. Ach, da ist es. Er stand halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da. Er hat sich gar versucht. Das ist noch so... Und das ist was anderes. Das ist irgendein Event. Ich bin nicht bereit, ein Event auf Hartz IV machen zu wollen, glaube ich. Nein. Okay. Dann drücke ich den Knopf. Ja, bitte. Ich bin nicht bereit. Aber der Kino bleibt. Das ist es, Team. Wir sind froh. Ja, ich bin froh. Okay, ich bin froh. Ich glaube, Dex hat sehr gut vorgearbeitet. Ja. Du wusstest das doch. Das hat sich schon gelohnt. Jetzt komme ich hier nicht weiter, weil so ein schein Platorial am Bild ist. Dann geh ich hinter mich. Ja, wie denn? Dann fliege ich da oben. Hälter, danke schön. Ja, du bist weit durch. Oh, ich bin down. Aber ich bin zumindest nicht sehr weit weg vom Dropboard. Wir kommen. Ihr könnt mich quasi nicht verfehlen. Toll! Ich bin schon wieder da. Ich kriege den in dir, so 20 Meter. Nein, tust du nicht. Ich glaube, ich muss Frecky vorbeilassen. Ohne Granate kriege ich den nicht so schnell. Danke. Danke. Go, go, go! Dropboard isn't waiting forever! Get up, soldier! Danke. Grenade! The nation execute. Chemistry rules. Not what they do. That will teach him! Rups, 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 rups. Oh, danke. Let's stick together for a while. Ja. So weit habe ich es auch fast geschafft. Lauf. Alter, das passiert echt was voll. Aber lauf nicht ins Feuer vom Scout, bitte. Ich leag down. Ja, lass mich halt zurück. Es wird dabei. Danke. Bist du außen mit? Was ist es? Du wurdest einfach von der Tür zerquetscht. Alles gut. Was habe ich denn jetzt mit einem Achievement bekommen? Da hole ich Dix, da lässt er mich einfach nie auf. Nee, nee, nee. Vermutlich die erste Hatsvier-Missione überlebt oder gemacht. Ja. Wenn man es überlebt haben nennen möchte. Also, ich habe überlebt. Grad so. Ja, stimmt. Auch Blacky hat eine Menge abbekommen. Oh, guck. Noch zweimal. Ja. Mensch. Das war schön. Das machen wir nicht nochmal. Ja, doch. Dreimal. Wegen dir, ja. Wegen mir. Muss das wirklich alles auf Hartz IV sein? Ja. Verdammt. Damit du dann Hartz V machen kannst. Ja. Jetzt haben wir die Missionsbetreibung gelesen. Und guck mal, was die Mission jetzt ist. Stirb. Nicht so, dass einfach stirb. Aber Bedrohungsschufe ist niedrig. Ist doch schön. Es ist nicht bedrohlich. Du tödlich. Nö. Nö. Ich hab eine hübsche weiße Unterhose an. Ohne Aufdruck. Ja. Stimmt. Ja. Schick. Schick. Ja. Komm auch bis heute. Mhm. So gut. Meine Unterhose ist so rein. Schick. Verwarnung. Any vandalizing or destruction of company property, will be deducted for your pay at the end of the month. Wer inhaliert da wieder? Blecky war gar nicht so wie er klingt. Nein, das klingt nach Dex. Untertitelung des ZDF, 2020